Eine Campingdusche ist ein praktisches und vielseitiges Gerät, das es ermöglicht, auch unterwegs eine erfrischende Dusche zu nehmen. Diese tragbaren Modelle sind ideal für Campingausflüge, Outdoor-Abenteuer, Festivals oder für den Einsatz in Wohnmobilen und Wohnwagen. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle drei Campingduschen aus diesem Video kennenzulernen und am Ende eine passende Kaufentscheidung für euch treffen zu können. Alle drei Modelle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also nach dem Video noch genauer zu den Geräten informieren oder euren Favoriten bestellen wollt, könnt ihr das über diese Links am schnellsten tun. Lasst uns nun mit dem Modell der Einsteigerklasse starten. Unser Favorit ist hier die tragbare Akku-Campingdusche von Vadeo. Es handelt sich um das einzige Modell im Vergleich mit Akkutechnologie. Geliefert wird es mit einem 4500 mAh Akku, der auch jederzeit wieder aufladbar ist. Dieser versorgt die elektrische Pumpe und auch das Heizelement mit Strom, sodass hier schön warmes Wasser bis sogar 45 Grad erzeugt werden kann. Eine gesamte Akkuladung reicht bis zu 90 Minuten Laufzeit, wobei auch eine Ladung nur drei bis vier Stunden benötigt. Die Dusche saugt Wasser aus einem Eimer an. Das innovative Bodendesign mit Saugnaff sorgt dafür, dass das Modell auch tief im Eimer versinkt und bei der Benutzung nicht verrutscht. Mit einem Wasserfluss von 5 Litern die Minute kann man sich hier auch schon ordentlich abrausen. Damit ist das Modell für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Nicht nur beim Camping, sondern auch für die Haustiersäuberung oder auch das Autowaschen könnte diese Campingdusche verwendet werden. Mit Hilfe des praktischen Zubehörs, mit dem extra Saugnapf und auch dem Haken, um den Duschkopf einzuhängen, bietet ein das Vadeo-Modell viele Möglichkeiten in der Verwendung. Aktuell ist dieses Modell aus der Einsteigerklasse sogar noch einmal um 10% reduziert. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu diesem Modell und könnt dort auch den 10% Rabattcoupon an der Kasse einlösen. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, um die nächsten Campingduschen aus den nächsten Preisklassen kennenzulernen. Aus der zweiten Preisklasse möchten wir euch die Drucklagerdusche Helio vom Hersteller Nemo vorstellen. Die Nemo Helio ist eine wahre Revolution in der Campingreinigung. Mithilfe einer Fußpumpe wird dieses Modell unter Druck gesetzt. So kann das Wasser ganz einfach nach oben gepumpt werden und man kann eine angenehme Dusche genießen. Und das ganz autark, ohne jegliche Stromanbindung oder einen Akkubetrieb. Der 2,1 Meter lange Neon-Pren-Duschschlauch ist lang genug, um ihn über den Kopf zu halten oder auch Ausrüstung und andere Gegenstände zu reinigen. Die mitgelieferte Düsenhülse sichert den Auslöser in der Sprühposition, was auch eine freihändige Benutzung ermöglicht. Über einen Henkel kann der Wassertank aufgehangen werden, womit man das Modell sehr vielseitig verwenden kann. Mit einer Kapazität von 10,9 Litern beim Tank reicht das Modell für kleinere Duschen im Campingbetrieb aus. Alles weitere zu diesem Modell aus der Mittelklasse über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Auch dieses Gerät ist aktuell heruntergesetzt. Als drittes und letztes möchten wir euch eine hochwertige Gas-Campingdusche vorstellen. Es handelt sich um die BW264BC von Camp Lux. Im Endeffekt ist dies ein Gasdurchlauferhitzer, welcher an einer Gasflasche und an einem Wasseranschluss angeschlossen wird und auch einen zusätzlichen Duschkopf besitzt. Dieses Modell kann bis zu 10 Liter heißes Wasser pro Minute produzieren, bei einem sofort anwendbaren Wasserdruck von bis zu 8 Bar. Auch die Bedienung des Modells ist unserer Meinung nach am angenehmsten, denn hat man einmal einen Wasseranschluss und eine Gasflasche, dann lässt sich dieser Durchlauferhitzer sehr einfach über die Edelstahlbedienregler an der Vorderseite einstellen. Hier kann man die Temperatur und auch den Wasserdruck nach dem Belieben einstellen und bekommt über das LCD-Display sogar die aktuelle Temperatur angezeigt. Dieses Modell ist tragbar, tanklos und damit auch sehr autark verwendbar, sobald man eine Gasflasche und auch einen Wasseranschluss besitzt. Perfekt ist das Modell somit auch für Wohnwegen und Wohnmobile oder auch an Campingplätzen, an denen ein Wasseranschluss vorhanden ist. Insgesamt handelt es sich hier mitunter um das beliebteste Modell im Vergleich, kein Wunder. Die Gascampingdusche von Camplux ermöglicht eine hohe Leistung, starke Flexibilität und auch hohe Qualität, die für angenehme Duscheinsätze sorgt. Alles weitere zu diesem Modell aus der dritten Preisklasse über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch noch weiter zu dieser Campingdusche informieren und das Camplux-Modell dort auch direkt bestellen.